stelle und er nimmt das nicht auf und wird doch schon was hat sie denn was hat sie denn, schläft doch also wirklich äh, 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 läuft, läuft, läuft Walter, it läuft äh, 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 läuft, läuft, läuft Walter, it läuft es läuft, wir machen Havoc-Modus, herzlich willkommen Leute Schöner Lappen drauf, dann ist schon gut wer ich moren ampfurft Bueno, tér jetzt mal wieder zum Zerstören weshalb davon drehe mich herum im Kreis rebound woher ich habe stehen also jetzt euch keine allzu große hoffnung machen weil ich selbst stehen ich habe es nur bis zur zweiten welle gepackt oder so ist das siebten haben wir es bis jetzt so geschafft war es passiert nur okay ich habe einmal das ja ich habe gut bis zur neunten geschafft das glaube ich hier weniger da war es war nichts bis zur neunten oder bis zu achten es war trotzdem nur bis zu siebten ziemlich sicher du bist doch heilig du kannst mich leider also wirklich dass der heiligen retten nach vorne hatten stimmt mal vor stimmt mal vor und macht mal euer ding das sagst du für einen städten oder wie es soll sein es wird mir schon vollgas geben das ganz klar ja also vielleicht kriegen wir noch den zeitbonus ok zeitbonus 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 tschüssi du böli kuh tschüssi ich hole mir die punkte mal komm raus so einfach hier was es gibt hier team-e-p ralf so ökokanonen äh verregnete energieverbrauch wenn energie auf bar umgeleitet werden mache ich das nur soll ich modulverstärker oder schnellere regeneration nehmen und energieverbrauch wieder auf ladung so sind genau die zwei sachen was ich brauche altmodisch ich merke schon wir ziehen uns hier wieder alle zurück rheinland ja 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 hier nicht ihr greift jetzt an ach so ich dachte ich verstecke mich jetzt hier ich werde angegriffen ich weiß nicht von was äh von der korvette vielleicht weiß ich nicht ich sehe keine korvette ja weil die auch jetzt sinnüber ist weil es der störer ist und der wuchs ja von da oben da kann ich auch je nachdem man Hilfe gebrauchen warum habe ich eigentlich so eine blöde plasma damit da kann man nix anfangen hier weiß ich nicht das frage ich über meine raketen auch gerade oh oh dreadnought dreadnought ich weiß nicht ich habe es gesehen ich will auch die raketen haben und hörst du auf mit den raketen geschissen hörst du auf aus pui pui das sind meine raketen aus meins meins au 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 meins meins habe ich gesagt lass die finger weg das menschbezeug danke oh halt mich hier wäre nur eine unterstützung die Klappe halt einfach die Klappe dahinten die frisst mich doch eh nicht wie steht denn da oben tschüssi mensch war das einfach die ach es ist schön wir haben schon viel signifikante steigerung des schadensregelationswirkung von waffen scheiße und schlug habe ich nicht ich bin so offensichtlich irgendwo so ein scheiß wo seid ihr denn alle soll man nicht mal wieder ein bisschen zusammenrücken ja das wäre nicht schlecht wir sollten nur aufpassen jetzt kommen sie ja aus zwei richtungen ja sogar aus drei habe ich gerade gesehen ah ok von so ganz vorne und von ganz links hallo genau dazwischen auch noch ja gut wir könnten uns hier ein bisschen verschanzen ja plappenringen das als deckung nutzen ja das stimmt ihr könnt auch das jetzt suchen ich nutze hier mal den rednaut als deckung ja das war so klar ok ja er ist schon mal ein scharfschützen oder links oder irgendwo fett ok ich kümmere mich hier mal um den äh kreuzer den kleinen hier wisst das richtig schön ist meine kanone ist im arsch ich bräuchte ich bräuchte ich bräuchte ich bräuchte heilung ok ok aktivieren primärwaffen captain wir werden auseinandergenommen könntest du mir bitte heilung geben wenn ich mit langsamen schissen versuche mein schiff zu was zerstören ist das herrlich wenn die waffe einfach mal so was sagt ja und das kippe ich das ist einfach nur herrlich ich schätze es gerade aber auch irgendwie also ich finde meine kanonen sind irgendwie ziemlich langsam so ich möchte nicht sagen ich möchte nicht sagen was ich war gerade ich nehme mal ähm ich bin Dreadnought ich bin Dreadnought ich bleib Dreadnought fertig ok dann nehme ich mal hier den Zerstörer wieder es funktioniert wieder ok ach ihr seid hinter mir ok bis ich mich dann bekomme schön auf dem kreuz der Platz platt machen warte so warte so für zwei mal verstecken wir uns hier alle wieder ja nur die kommt eh hierher platt mal so 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 platt machen hier kommt der so von der vorte kommt schon wo denn ich sehe nichts von da vorne es ist eine gute aussage von da vorne von da von der rechts ich kann sie leider gerade noch nicht auf ihr abzuschießen wo ist diese teckel links sind sniper direkt vor uns ist auch noch ein sniper ja jetzt sehe ich auch von wo und wo schießen wenn du etwas nach unten gehst könntest du dann aus der zielrichtung von dem artillerie kreuz zu kommen ich hab' nicht gesehen weißt du da gibt es die p volle energie auf die manöver düsen so ich schau mal ob ich den eier doch da da ist auch noch ein hilfskreuzer so dann hier mal die ep so müssen wir noch oh da ist auch noch ein dreadnought der direkt auf uns zukommt kann ich angekommen da links das wird jetzt lustig ich pass mich der umgebung an ja ja da ist er von da oben kommt der na dann gut zu wissen ich hab' keine ahnung von wo aber ist so gut da haben sie ja versucht eine rakete auf mich zu schießen sind die deppert oder wie schön langsam nach oben da 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 ist auch noch ein zerstörer der kommt auch noch der will auch noch ein bisschen was abhaben und ein decadret aber die regen abfeuern feindliche Raketen im Anflug, Captain feindliche Raketen werden markiert feindliche Raketen werden markiert schiff ist befähigt, Captain nein, das müssen wir erstmal knacken wie viel, hallo 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 schiff 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 ja, gut, schön wissen schiff, schiff feindliche Schiff giss werke die ep wo ist denn die ep hier sind schlinks aufgesammelt ach so sind wir schon wieder als wenn der b4 ist eigentlich aber dieses ich glaube dass wir überlieben dass wir heute schiff schiff so steigerung der gespündigkeit weniger zeit für bis beginn der tp-reaktion brauche ich schadensbruch ich brauche das die kämpfen als gäbe es keinen augen so dann verstecken wir uns mal wieder ab abtauchen die wilde haute ist zurück hier ich drehe mich aufs achse und von dahinten kommen sie tauche ab und tauche ab und tauche ab oh ich bin wieder hinter diesen meteoriten hallo freunde da ist wie ein hilfskreuzer da wo auch der dreadnought uns wir machen unsere taktik nach aber echt aber echt hier müssen wir aufhören mit dem scheiß hör auf auf mich zu schießen das ist scheiße da jammerst du wieder dass ich dich abgeknallt habe das kenne ich schon volle energie auf die manöver düsen oh da kommt ein haufen raketen auf mich zu oder nicht mehr zack fangen wir so 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 und dann haben wir den auch noch volle energie auf die manöver düsen mai kettin jetzt rupf wird verstärkt hier für ballistik breit der circuit ohm jo ist ja todesmütige kette und ein heiler ja das wäre ein hilfskreuzer volle energie dafür ich könnte das ausprobieren ich könnte das ausprobieren und dann haben wir noch normalen kreuzer ich könnte das ausprobieren ich könnte das ausprobieren ich könnte das ausprobieren klingt das was weil ich möchte nicht kaputtschießen nicht kaputtschießen wuuuuee Ach, ist das lustig, wenn man das gegnerische Schiff weiß, boh. Boom, 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 boom. Ach, da kommen ja auch nur ganz schön viele. Achtung, da hast du eine kleine Korvette. Matze, was machst du da? Ja, die Außersterben. Ich dachte, sie sind hinter mir. Ich schau ab und zu mal aufs Radar. Äh, Knaas, wo seid ihr? Ich bin kaputt. Ja. Moin. So ein ganz kleines bisschen ist nämlich hier. Okay, hier ist Kreuzers kaputt. Wie ist die kaputt? Ist Matze wieder hinüber? Ja, ja. Ist nichts Neues bei mir. Ach so? Ja, ist nichts Neues bei mir. Ja, ja, ist okay, ist okay. Alles. So. Was soll der Scheiß? Was? Hier? Ich kann nichts kaufen, ist so ein Scheiß. Ich schicke mir einfach immer mehr Kanonenfutter. Alle wieder treffen und gucken, kuscheln. Okay, hm. Ich bin hier gleich bei dir. Ja, ich hab euch schon gesehen. Zurück zu diesem hier hin, ein wenig zu den Meteoriten. Ja, das wäre gut. Ja. Ich wollte den Arsch herabeln. Ich muss auch bleiben die ganze Zeit und wirklich warten, bis die alle da sind. Hallo, machen wir Platz hier. Moin. Die rote Rakete ist da. Ja, nein, nein. Ich bin keine rote Rakete. Die rote Rakete ist nicht da. Schade. Ja, gell. So, Kaffeepause. Ja, wir haben immerhin schon Welle 6, ne? Jetzt wird es so langsam passen. Oh ja, das stimmt. Also, ich weiß, dass wir es bis zum Boss geschafft haben. Ich hab doch keinen Feind, oder? Nee, ich kann mal kurz gucken. Lass den Kreuzer vor. Nö, ist noch keiner da. Doch, ein Scharfschütze. Na. Den können wir uns ja schon mal kümmern. Da ist noch eine Dreadnought. Ja. Wir wurden stark getroffen, Captain. Okay. So, dann hinten da noch eine, ne? Nehmen wir erst ganz um die Dreadnought. Äh. Wir sollten uns neu formieren. Vordere Feuer auf diese Koordinaten an. Ach du, da kommen Raketen, gell. Dreadnought zerstört. Sollen sich die Schrott besitzen. Abwehrsystem ein. Ah, mich hat eine Rakete getroffen. Ah, ja, ja, ja. Hatsch her, gell, müssen. Ja. Oh Gott, das ist eine schlimme Waffe. Das Abwehrsystem muss noch nachgeladen werden. Aktivieren Primärwaffen, Captain. Dreadnought eliminiert. Okay, ich komme wieder ein bisschen runter. Ah, da kommt die nächste Dreadnought. Wo ist er? Da. Oh, von hinten kommt eine Korvette. Ja, 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 ja. Ah, ich kann mich erst mal hier drum stellen. Ja, wir können uns erstmal hier drum stellen. Ja, wir können den Dreadnought. Ja, wir können den Dreadnought. Ich öffne jetzt wieder dabei. von rechts kommt auch noch was und auch noch eine corvette wir haben die hälfte der flotte zerstört wir dürfen jetzt nur nicht sondern bewegen oder man sagt sie dazu das war ja so ein bisschen angreifen jetzt oder das muss herkommen ich würde sie noch herkommen lassen ich würde auch sagen ja du kannst ja mal kurz rausschauen und mal so hallo sagen und dann wieder zurückkommen ja da kommt doch direkt schon einer kreuzer von vorne das ist richtig im blick jetzt ist sie wieder weg da hinten ist ein scharfschütze ganz nett zwei artillerie kreuzer bei mir auf dem app jemals schnell auf den abungskurs was mit dem passiert oder kommt noch ein helfskreuzer und noch was anderes das sind ja es sind zwei helfskreuzer kann das sein keine ahnung ich sehe es gerade nicht ich sehe nur jetzt gerade nur einen helfskreuzer und einen zerstörer da vorne ja da ist aber noch ein zweiter helfskreuzer ok ich würde mir sagen greifen wir ein bisschen an oder ja ok matze was machst du da feindlicher zerstörer geschrottet nein das müssen wir erstmal knacken ok ich hab doch gesagt greifen wir an verstanden fixer zur primärwassenkette sag ich jetzt dann greifen wir an nicht lass dich toten hey der kreuz ist schon gekommen ja ist der gehalt oder was ist denn los was doppel 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 mobbel ja deswegen deswegen ah jetzt heilen die sich schon wieder ok ich versuch es nur mit einer plasma ram ich nehme mir den mit dem gedönster ja ja kräfte laut ruk ja jetzt kommen nur ein gegner mit der ziel spricht kräfte schalten wir es aus zu Startbereiten Kabumm Kabuuuuu ach hier verstecken wir uns wieder Jetzt muss man mal schauen, was man jetzt hier treten hat. Ich nehm die Vigo. Ja, ich nehm die Vigo. Versteckt uns in diesem Depot hier, oder? Bitte? Zeig ihr dem? Links? Ja. Hier lang. Achso, hier rechts. Ah, ok. So, jetzt muss ich mal schauen, was ich... ok, Steuerrakete, Stasis-Munition, ok. Ok, drauf auf ihn. Was? Ich hab keine Energie mehr. Na, auf den Boss. Sack, ey toll, du bist ganz schlau. So. So. So wie der Heider verrückt sind wir tot. Haha, ich sag dir jetzt noch nichts zu. Ähm, ja. Ah, hier kommt der von rechts? Ok. Ok. Erstmal auf die Ortrat zu. Ok. 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 Da kommt der nächste. Und da drüben ist auch nochmal der nächste. Das sind viele die nächste. Haha, ja. Und ich mach den hier. Ok. Ok. Oh. Der zweite hier. Und ist das Problem. Ok. Und erstmal mehr. Schauf den zweiten noch. Irgendwie. Weck es. Jawoll. Hammer. jetzt hier schnell auf die wieder auf dem boss das leben ja cool freilich ja komm bischof fertig oder wie sieht es aus Nein, nicht wieder springen. Schnell hinterher. Schnell hinterher. Okay. Weil sonst hat er nur wieder Zeit, sich zu regenerieren. Ja, ja, das stimmt. Ich gebe schon vollkommen hier, also schneller geht's nicht. Ja. Aber da kommen wieder verdammt viele Gegner auch, ne? Okay. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich kümmere mich hier um den einen Zerstörer schon. Ja, mache ich schon. So, ich greife das Primärziel wieder an, dass er sich nicht heilen kann. Ja. Aber wir brauchen halt jemanden, der sich halt um die anderen kleinen Miesen hinter mir ja... Hinter mir ja auch. Ich brauche hier Hilfe bei dem Zerstörer hier. Ich greife das Primärziel an. Okay. Das Problem ist, ich brauche hier gerade... Oh, jetzt habe ich hier noch das Primärziel neben mir. Das ist gerade echt tödlich für mich. Ah, ich bin auch da bei euch. Oh, jetzt kommt von rechts noch ein Zerstörer, Alter. Ich kriege ja zu viel. Ja, war vorsichtig, der macht seine Plasma-Ramme. Ja, hat mich natürlich voll getroffen. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Ja, 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 ich bin dabei. Keine Sorge. Ja, mit Meilen. Und jetzt los, schnell wieder zum... Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Kommt die nächste Plasma-Ramme. Okay, den Hammer. Jetzt, äh, aufs Primärziel wieder. Ganz schon lang, dir Scheiß-Ziel fertig zu machen. Ah, von hinten kommt schon wieder ein Kreuzer. Ja, ich kümmere mich da rum. Oh, ja, da ist es. Oh, jetzt habe ich noch ein Springkopfpfeier. So. Da kommt der nächste Kreuzer von hinten. So, da war der. Ich kümmere mich um den Kreuzer hier, gell? Ja, ich auch. Ich hefte dabei. Wow, 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 wow. Uff. Da kommt direkt der nächste Kreuzer, aber von vorne, von frontal. Äh, kannst du das machen? Er hat mich abgesehen, gerade. Wie sieht es gerade mit deinem Leben aus? Gut, bin ich gut. Ja, ich helfe gerade. Okay, das Primärziel, ich greife das Primärziel an. Nein, der muss schon um den Kreuzer kümmern. Ich mache gerade den Kreuzer. Okay, gut. So, der nächste ist. Ach, hat er schon wieder ab. Da ist der nächste Kreuzer. Ich kümmere mich wieder um den Kreuzer hier. Gut, ich kümmere mich ums März hier. So, haben wir dann. Wir wurden getroffen. Sofort Schreibungskontrolle einleiten. Schede aktiviert. Wenn du bei einem Kreuzer Hilfe brauchst, sagst Bescheid, ne? Okay, hier kommt ein Hil- Äh, ne, das bist du. Ich wollte gerade schon sagen, kommt ein... Treadnard. Okay, ja. Kreuzer, Kreuzer, Kreuzer. Ich brauche Hilfe. So, was haben wir denn? Zerstörer wurde gestrottet, Captain. Zerstörer ist nicht mehr da. So, aber dann noch mal... So, dann schauen wir uns an. Das sieht ganz gut aus. Achtung, Zerstörer ist wieder da. Er ist wieder runter. Ja, ich kümmere mich um den... Kann man die Erschwister zerstören? Ja, ich mach's wieder. Aber ich bräuchte Heilung. Ja, ich bin da, ich bin da. Feindliche Raketen im Anflug, Captain. Das war's. Schilde aktiviert. Verstanden. Weg dann zu Primärwaffen, Captain. Ja, kommt der nächste Zerstörer. So, so. Kommt sofort. Komm, los, auf den Heiler, dann kriegen wir jetzt noch... So. Jawoll, hör mal. Ja. So, dann nur noch hier den Zerstörer. Und dann haben wir's. Schön vergeudet. Jawoll. Sauber. Uff, die 7. Krass. So, was haben wir denn? Äh, Geschwindigkeitsschuh. Das machen wir doch. Keine Schadens- und Regenerationswirkung von Waffen. Ja. Oh, Mist. Es wird krass und heftig. Schiffe sind am Heck besonders ungeschützt. Ja. Ja. Ja, hier ist bitte nötiger. Trefferpunkte regenerieren nicht, aber jeder Schuss füllt sie wieder auf. Hm. Bleiben wir hier? Oder? Ja, wir müssen hier. Ich würde mich ein bisschen zurückziehen und wenn, wo mal, wenn Geschützte sind, der Aufnahme. Ja. Hi, Markus. Grüße. Ich komm, Mann. Grüße. Grüße. Hm, das ist grad ne richtig geschehen Aufnahme, was ich grad hab. Wo ist das denn da? Oh, ja, ich muss zurück. Oh, was ist denn da jetzt los? Zieh dich mal ein bisschen. Ich kann dich nicht heilen. Ich kann dich so sonst nicht heilen. Warte mal zurück hier. Ich bin schon weg, ich bin schon weg. Ich verstecke mich hier erstmal, bis wir uns wieder organisiert haben. Kann mich einer kurz einladen? Ja, wir sind schon zu dritt. Achso. Kann man das nicht zu viert spielen? Äh, du kannst es zu 15, aber wir sind zu dritt nur in der Armada. Die Armada kann man nur zu dritt sein. Aber wir könnten was ausprobieren. Weißt du noch, was wir weiter mal gemacht haben? Und ich bin tot, scheiße. Jo, das war's. Ich glaub, das war's, die Runde. Mhm. Äh, weißt du noch, was wir mal ausversucht haben? Ziehen wir uns mal ein bisschen in Deckung zurück. Jawohl. Voll geht ihr? Wir könnten es mal versuchen, dass wir vielleicht mal, äh, so 2 gegen 2 machen könnten, so theoretisch. Also du weißt ja, was ich meine, oder? Lass mal versuchen, äh, gleichzeitig zu starten. Das war's. Das war's für mich. Ich bin tot. Boah, jetzt hat sie mich. Mich auch. Verdammt. Nein, ich bin tot. Ach, schade. Aber gut, wir haben bis zur Welle 8 geschafft. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Ist Katsch oder? Tschüss. Ja. Tschüssi. Töch. Boah, töchar. Boah. Boah. Ich bin tot da. Ich bin tot. Wah. Boah. Da. E Fall. sposób. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot.